Also ich bin in Stettin geboren. Meine Kindheit habe ich mehr bei meiner Großmutter verbracht, weil meine Mutter früh Witwe wurde. Mein Vater ist durch einen Stromschlag getötet worden. Der war bei den Strippenziehern und ist oben an der Starkstromleitung und ist dort runtergefallen. Also ich bin bei der Großmutter groß geworden. Meine Mutter musste arbeiten und die kam natürlich auch abends nach Hause, aber die Oma, die hat das gemacht. Ja, dann bin ich zur Schule gegangen und habe, wie gesagt, bei den Pimpfen mich wohlgefühlt. Und die konnten mal mit uns verreisen. Unsere Eltern und Angehörige hatten kein Geld, um Reisen zu machen. Also waren wir froh, dass die mit uns mal über Land zogen und haben Geländespiele gemacht und so. Damals hat das ja noch kein Mensch darüber nachgedacht, dass das schon eine vormilitärische Ausbildung war für uns. Aber uns hat es Spaß gemacht. Und durch diese Erziehung von Baldur von Schirach waren wir heiß. Wir wollten sofort wieder Krieg ausbrach mit. Aber wir waren ja zu jung. Und dann habe ich im Februar 1941 haben wir unser Notabitur gemacht. Das ist allerdings voll anerkannt. Uns haben sie ein Dreivierteljahr geschenkt, weil ich griechstzweilig war. Ich habe mich also selbst gemeldet. Ich kam nicht schnell genug dahin, wollte aber zu Rommel. Das war mein Vorbild vom Fernsehen oder vom Nachrichtenrummel. Das war meine Sehnsucht. Da musst du hin. Ich war auch tropentauglich. Und kam dann allerdings nicht gleich im Februar 1941 zur Truppe, sondern ich musste noch ein Vierteljahr reiches Arbeitsdienst machen. Na ja, dann habe ich Arbeiten gelernt für 25 Pfennig. Da haben wir Schotter geschlagen, Straßen gebaut. Und dann habe ich natürlich, ich war immer sehr schnell mit meinem Bund, kam der Vormann und sagt, ihr faulen Hunde habt viel zu wenig gemacht. Daraufhin habe ich gesagt, für 25 Pfennig haben wir genug gemacht. Und da habe ich drei Tage Bau für gekriegt. Diese Äußerung. Der Bau war so schön. Das war eine große Baracke. Da war die Schreibstube vom Reichsarbeitsdienst und so eine kleine Zelle. Da haben sie dann die Leute dann mal... Ja, ich habe eine Nacht da nur schon. Das war ja kalt. Im Februar 1941 habe ich eine Nacht nur dazu gebracht. Und dann kam der Chef da und sagt, sagen Sie mal, ich habe gehört, Sie haben die Abitur gemacht. Die sitzen hier rum. Das geht nicht. Kommen Sie mal mit rein. Sie können unsere Kartei sortieren. Und das war das herrlichste. Da habe ich drei Tage Bau. Also wunderbar. Ich musste allerdings abends da schlafen. Naja, so ging das dann los. Und eines Morgens wurde ich aufgerufen. Da war das Juno geworden. So lange war ich im Arbeitsdienst. Ich bin einberufen worden nach Neuruppin. Aber in Neuruppin war die Panzertruppe. Das war, ja, die Panzer waren also, also nicht Panzerspähwagen, sondern richtige Panzer. Aber die Partei ist richtig. Da bin ich dann also da hingekommen. Und dann soll ich dir mal so eine Episode erzählen, wie es früher bei den Soldaten war? Ich kam also normalerweise acht Tage zu spät, weil diese Post von Zarnowicz hieß das. Das war in der Nähe von Danzig. Das war ein polnischer Korridor. Bis mich die Post erreicht hatte. Das waren also acht Tage zu spät. Nun komme ich acht Tage zu spät in, melde mich bei der Schreibstube. Ich habe ja nur beim Pimpfen gelernt, wie man zackig sich meldet. Beim Arbeitsdienst musste ich wieder gehen lernen. Also immer dasselbe. Und da habe ich also mich gemeldet. Habe einen schönen deutschen Gruß hingehauen. Und drei Worte habe ich nur gesprochen. Da war der Feldwebel. Raus! Dann bin ich raus. Ich denke, was war das noch? Dann bin ich wieder rein. Melde mich zu spät. Raus! Und da standen mir die Tränen aber schon in den Augen. Ich war ja erst siebzehnteinhalb Jahre. Da habe ich gedacht, dann kam ein Trupp vorbei mit dem Schemel im Kreuz. Die waren also beim Unterricht. Da habe ich einen geschnappt. Da habe ich gesagt, sag mal, was mache ich hier falsch? Der schmeißt mich dauernd raus. Ja, was sagst du denn da? Ja, ich melde mich zu spät. Mensch, sagt er, du bist acht Tage schon Soldat. Wenn das zu spät ist, aber du bist schon Soldat, du musst sagen, Panzerschütze eben gemeldet sich zu spät. Und nun kam die Enttäuschung. Meine letzte Kraft, Panzerschütze eben gemeldet sich zu spät zum Dienst. Da sagt er, naja, es geht doch. Den hätte ich umbringen können. Das war das erste Negative. Das zweite Negative, da habe ich gesagt, ich werde mich nie wieder melden. Ausbildung heißt also, du darfst die Kaserne nicht verlassen. Also, du kannst ja nicht gehen, nicht grüßen. Also, in dem Vierteljahr gibt es nichts. Und dann Sonnams, Trillerpfeife, alle Abiturienten zur Schreibstube. Und ich, dummer Hund, gehe da auch hin. Da standen sieben Mannequins da und ein Obergefreiter, der hatte UVD-Dienst, der sagt, oh, so sieht also die Intelligenz unserer Truppe aus, rechts um, ohne mir folgen. Dann habe ich bis oben am Ellbogen Klos, was verstopft war, rausgeholt. Das war die Art, uns klein zu kriegen. Abiturienten. Aber der hat mich nicht klein gekriegt. Tja, dann wurde die Ausbildung gemacht. Ich war ja dann als ROB eingezogen, Reservebeziehersbewerber. War doch klar. Und dann bin ich, dann war die Grundausbildung zu Ende. Ja, so war das. Und dann sollte ich acht Tage Urlaub haben, bevor du dann an die Front kommst. Dann standen wir vor der Schreibstube. Eine Truppe, die kriegten Marschverpflegung, die ging also zur Front. Und wir waren also diejenigen, die einen Urlaubsschein kriegten. Und da kam ich mit dem Mann, der neben mir war, ins Gespräch. Ich sage, wo müsst ihr denn hin? Ja, wir sollen nach Afrika. Da sage ich, da will ich ja auch hin. Aber ich sage, ich fahre jetzt erst in den Urlaub. Ich war vom Arbeitsdienst überhaupt noch nicht zu Hause. Und da sagt er, ja, und meine Frau erwartet ein Kind. Das ist vielleicht ein Scheiß, alles hat er gesagt. Und da kannst du mal sehen, was ich für ein Knallkopf war damals. Da habe ich gesagt, können wir nicht tauschen? Da guckt er mich an und sagt, der muss bekloppt sein. Ich wollte unbedingt für das deutsche Volk was tun. Das ging gut. Die haben dann zwar mich für verrückt erklärt, aber ich konnte tauschen. Also braune Uniform angepasst und dann ab sind wir Richtung Italien. Nach Afrika. Und wie wir in Italien waren, da war das Oktober 1941. Da kriegten wir im Marschbefehl ab nach Russland. Da haben die deutschen Truppen das erste Mal im Oktober 1941 das Rennen gehabt. Da haben die Russen die zurückgedrückt. Das war bei Rostow. Und ich landete mit meiner Truppe im Donnerzbogen. Die haben wir betroffen und so. Und dann haben wir gesagt, Donnerwetter, Mensch, dann haben sie uns die braune Uniform weggenommen. Dann haben wir eine schwarze gekriegt. Aber die Panzer waren ja eigentlich für die Truppen vorgesehen. Die wurden gar nicht richtig warm. Na ja, wir haben dann also das hingekriegt und dann wurde ja. Es ist sehr kalt. Wir hatten 50 Grad minus im Dezember 1941. Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten dann also Winterquartier. Die Panzer fuhren ja gar nicht mehr. Und die Russen haben dann ab und zu mal so mit der PAK so ein bisschen gemacht. Und Heiligabend 1941, da greift der Russe uns an. Tiefer Schnee. Und die Infanterie konnte nicht alleine damit fertig werden. Die haben jetzt Panzer angefordert. Und ich muss dir vorstellen, der wird die Dinger in Gang gekriegt, weil das alles klappt. Dann sind wir aber rausgekommen und haben unserer Infanterie helfen können. Also weißt du, wenn du das jetzt nochmal so vor Augen hast, der Schnee war rot vom Blut. Die Russen waren wie besessen. Die waren besoffen, Wodka und sind voll in unsere Garmen reingelaufen. Ja, dann haben wir natürlich ein paar Stunden gebraucht. Dann kamen wir rechtzeitig zurecht, wie wir unsere deutschen Goebbels hörten. Da waren wir andächtig und haben gesagt, was soll nur werden. Also ich hatte damals schon so ein bisschen meinen Enthusiasmus verloren. Es ging ja nicht alles mit gerechten Dingen zu. Und dann diese Kälte. Und dann kam die Verpflegung nicht durch. Wir kriegten morgens Nudeln mit Wasser, mittags Wasser mit Nudeln, abends Nudeln mit Wasser. Und alles lacht hier um mich herum, Familie und so, ich esse keine Nudeln. Ich habe eine Nudelpsychose. Ich sage, Nudeln dürft ihr mir nicht zu entmessen geben. Und so musst du dir das vorstellen. Dann haben kluge Leute dann mal gesagt, Mensch, da liegen so viele Pferde erschossen. Die Beine hoch, erstarrt von der Kälte. Taut doch das auf und haut wenigstens das Pferdefleisch da rein. Haben sie dann auch gemacht. So, dann ging das im Frühjahr 1942 weiter. Aber Panzer hatten nicht viel Chancen. So viel Modder und Matsch. Da kamen die Ketten schlecht durch. Und wie viele Fahrzeuge sind da stehen geblieben. Aber es ging weiter. Dann mussten wir in Scharkow. Die Schlacht um Scharkow, da musste ich dann mit ran. Und nachdem sind wir dann immer weitergezogen, bis wir dann in Stalingrad waren. Und in Stalingrad bin ich im September 1942, haben wir einen Volltreffer gekriegt. Das heißt, der Turm von unserem Panzer flog weg. Und von da ab wusste ich nichts mehr. Was ich jetzt erzähle, habe ich nach zwei Jahren erst in Erfurt erfahren, in der Genesungskompanie. Da waren welche, die das miterlebt haben. Ich, ne. Also, wie gesagt, die haben dann erzählt, der Panzer war also kaputt. Und es waren von den fünf Besatzungsleuten keiner mehr am Leben. Einschließlich ich. Das war aber ein Trugschluss, haben die mir erzählt. Kroaten. Die haben auf unserer Seite gekämpft. Kroaten. Die haben, wie die Front wieder zurückging, haben die gesehen, ich habe mich bewegt. Und da hat der kroatische Offizier gesagt, deutscher Kamerad nicht tot. Und da haben sie mich aufgesammelt und ins Feld hat sie das gemacht. Und ich habe tatsächlich gelebt. Mein Glück, weißt du, das, ich kann jetzt nur von Glück reden. Ich habe den Einschuss direkt im Rücken gehabt. Und die Panzeruniform war ja ziemlich dick, diese schwarze. Hast du schon mal, das war so eine hübsche, mit Totenköppel hier. Und dann hatte ich einen Pullover unter und dieser Splitter von der PAK, der ist also praktisch in meinen Körper reingegangen und hat gleich Stoff mit reingezogen, sodass das praktisch verkapselt war. Da kam kein Blut raus, wenig Blut. Das war wieder meine Rettung. Sonst wäre ich ja verblutet. Und so habe ich den da drei Tage auf den Acker gelegt und dann haben die festgestellt und erlebt, ja, und dann war der Weg, also erst mal gucken, was hat er und so. Und dann haben die gesagt, ja, der muss nach Lemberg ins Krankenwunderlazarett. Hier können wir nichts mit ihm machen. Und da war der Ring um Stalingrad inzwischen zu. Nun habe ich das Wiederglück, die Fluchzeuge, also alte Ju, die kam ganz geordnet in den Kreis geflogen, hat Munition, Verpflegung und alles gebracht und hat ganz normal Verwundete wieder raus geflogen. Das hat sich ja dann nachher verändert. Die haben sich ja gegenseitig erschossen, um bloß noch das letzte Flugzeug zu kriegen. Das habe ich alles umgehen können, weil ich rechtzeitig eine verballert gekriegt habe. So, das war also Stalingrad. Und dann kam ich nach Lem. Du hast da drei Tage gelegt? Drei Tage. Auf dem Acker. Und das war im Winter auch? Nee, im Frühjahr. September 1942. September 1942. Danach ist ja dann die große Kesselschlacht gewesen. Also dies war alles noch, zwar war der Ring zu, aber es war noch ein bisschen geordneter alles. Nachher war ja nichts mehr. Ja. In Lemberg haben sie dann erst festgestellt, was ich überhaupt habe. Das wussten die gar nicht. Dann haben sie festgestellt, dass hier die Lunge ganz voll Blut war. Das haben sie punktiert. Und dann haben sie gesehen, ach, der hat ja sechs Granatspiele da drin. Ich selbst habe dann gespürt, irgendwas klappt hier nicht. Ich hatte im linken Bein und im Arm gar kein Gefühl. Dann hat der Chefarzt gesagt, bevor sie sterben, können sie noch tausend Russen sterben lassen. Ab. In die Genesungskompanie. Da haben sie mich von Greifswald nach Erfurt geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich war ja noch gar nicht richtig gesund. Aber das war denen ja damals egal. So, nun komme ich in die Genesungskompanie. Und da ging der Zirkus wieder los. Freitags kam ich an, das erzähle ich dir, weil mir das Spaß macht. Und Sonnams wurde Luftschutz eingeteilt. Also wir durften ja die Kaserne nicht verlassen, weil dauernd die Engländer rüberflogen. Und dann mussten wir auf jeder Etage, war Luftschutzdienst und die durften die Kaserne nicht verlassen. Und ich wurde natürlich auch zum Luftschutzdienst eingeleitet und so. Ja, ich habe mir ja nichts Böses dabei gedacht. Das war nur Sonnen. Und am Montagmorgen war Unterricht, Gasmasken aufsetzen in sieben Zeiten. So Häschenstellung. Das kennst du ja alles nicht. Eine Gasmaske. Hatte ich aber keine. Jetzt kommt dieser gestrickte Leutnant. Die Brust war frei. Ich hatte hier jede Menge schon drauf. Wo haben Sie denn Ihre Gasmaske? Ja, ich glaube, die ist in Stalingrad geblieben. Ein Soldat ohne Gasmaske. Sind Sie verrückt geworden? Nö. Ich sage, haben Sie schon mal gesehen, wenn ein Panzer einen Volltreffer kriegt und man da mitnimmt? Da wusste er nichts mehr zu sagen. Dann hat er aber ganz schnell, seit wann sind Sie in der Kompanie? Ich sage, seit Freitagabend. Und dann haben Sie noch keine Gasmaske? Hätten Sie sich doch melden müssen. Und nun komme ich mit meiner Kotterschnauze. Habe ich gemacht, sage ich. Und der Hauptfeldwebel hat zu mir gesagt, wenn Sie keine Gasmaske haben, dann ficken Sie sich eine. Sie kommen sofort nach vorne und machen eine Meldung darüber. Das reicht schon. Ich wusste genau, was kommt. Und alle, die da mit eingeteilt waren, die kannte ich ja nun. Die haben ja diese Geschichte erzählt, dass ich da so lange gelegt habe. Die sagen, Günther, wir sind deine Zeugen. Du, da blieb nichts mehr übrig. Naja, der eine wollte in Urlaub, der andere wollte befördert werden und alles sowas. Also, ich musste mit dem Stall zur Schreibstube und nochmal erzählen, was gewesen ist. Und da hat der Hauptmann gesagt, also irgendwas stimmt hier nicht. Jedenfalls diese Äußerung, die Sie da getan haben, das hat der Hauptfeldwebel nicht gesagt. Das ist eine glatte Lüge. Drei Tage Bau. Und dann mussten die immer fragen, nehmen Sie die Strafe an. Und da habe ich gesagt, nein. Kerl, ach, das kostet 21 Tage, das ist mir egal. Und wenn Sie mich erschießen, der Hauptfeldwebel hat das zu mir gesagt. Und er stand daneben. Raus! Und dann war ich draußen. Dann habe ich zwei Tage gewartet. Dann habe ich einen 1a-Schreiber gefragt, sag mal, wann gehe ich denn nun mal in den Bau? Ach, Mensch, sagt er, wie du raus warst, da hat der Hauptmann gesagt, zum Spieß. Der Ehmke, das kommt mir aber so vor, als wenn der die Wahrheit sagt. Haben Sie nicht doch solche Äußerungen gemacht? Er sagt, ja, da waren die Abstellungen und so. Ich weiß nicht mehr, ob ich das gesagt habe. Dann haben Sie keine drei Tage Bau, 21 Tage Luftschutzdienst. Das war ja noch viel schlimmer. Ich durfte nicht raus. Spazieren gehen, wie andere mit Mädchen und so. Ich saß im Bau. Luftschutzdienst. Das war Erfurt. Und nun kommt das Schönste von Erfurt. Erfurt wurde jetzt zur Lazarettstadt erklärt. Das heißt mit anderen Worten, in Erfurt durfte nicht gekämpft werden. Da der Amerikaner aber schon in Eisenach war, wurden alle Klamotten, die sie noch in den hatten, Richtung Eisenach. Und ich hatte das Pech. Ich kam in einen Panzer rein, den sie damals im Spanien-Feldsucht gebraucht haben. Das ist eine Kanone mit drei Zentimeter Durchmesser. Was willst du mit so einem Shit machen? Aber die Besatzung war sehr lustig. Der Kommandant hatte nur einen Arm. Der Fahrer unten hatte eine Unterschenkel. Ja. Prothese. Der Ladeschütze war ein 16-jähriger Hj-Pimpf, der noch keine Fronterfahrung hatte. Und ich saß da oben als Richtschütze und wusste nicht, fängst du nun wieder an zu spucken oder nicht. Wie ich im Feldlazarett auf der Bahre lag und sollte nach Lemberg rausgeflogen werden. Da kam ein Pastor zu mir und sagt, mein Sohn, wollen wir beten? Und ich war von den Pimpfen von Gott und aller Welt ganz weit weg. Wir sind bei der Konfirmation sogar in Uniform hingegangen. So verrückt war ich. Den Pastor haben wir nur geärgert. Das waren so meine Jugenderinnerungen. Und wie der dann sagte, mein Sohn, wollen wir beten? Da habe ich Ja gesagt. Und das gab mir so viel Kraft, was der gesagt hat, da ich gesagt habe, was bist du bloß für ein Idiot gewesen. Dass du das nicht erkannt hast, dass man dich nur benutzt hat. Das waren so die ersten Gedanken auf der Pritsche. Ich hatte ja zwei Jahre Zeit, in Lazaretten darüber nachzudenken. Und dann habe ich wirklich ernsthaft gesagt, was bist du bloß für ein Idiot geworden. Und wie ich in Erfurt war, das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt. Da sah ich, wie meine Kameraden, mit denen ich ja doch in der Ausbildung in Neuropin war, Leutnant waren, Oberleutnant waren. Und ich war bloß für Henrich. Gefreiter für Henrich. Die haben mir gesagt, du, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Dann bin ich zu dem Stadtkommandanten gegangen, das war ein General. Habe denen das vorgetragen, dass das mir ungerecht jetzt wäre. Ich habe zwar meine Auszeichnung EK1 und alles gehabt. Panzersturmabzeichen, alles da. Aber befördert war ich nicht. Da sagt er, das ist schade, aber ihre Unterlagen sind alle in Stalingrad geblieben. Und wenn sie da nur noch Wert drauf legen, dann müssen sie von vorne anfangen. Und das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich Kommunist. Genau umgedreht. Ich habe mich gedrückt, wo ich nur konnte, weil ich das nicht mehr eingesehen habe. Das war Wahnsinn, was wir hier gemacht haben. Und da bin ich auch mal geblieben. Und das haben meine Kollegen nicht begriffen. Und die haben mich auch hier verteufelt. Du warst HJ-Führer und wie kannst du sich so drehen? Ich sage, ich habe zugelernt, ihr nicht. Mensch, wie haben wir harte Diskussionen gehabt. Das heißt, wie du schon sagst, hier nach dem Krieg, hier in Lüchow, die meisten waren noch, die waren noch... Alles Nazis. Also von denen Großdeutschland, hier das Zeichen, das waren auch meine Mitglieder in der Versäten-Sportabteilung. Nicht nur im Büro, da auch. Die standen dazu. Der eine war stolz, dass er seine Kanone in dem Rudauer See versenkt hat. Und er hat sich dem Amerikaner nicht gegeben. Und der andere ist groß Deutschland. Argonnerwald, alle Strophen, alle so Sachen. Das war die Zeit, aber die waren eben nicht belehrbar. Und ich habe das genau mitgekriegt und habe gesagt, wie konnten wir bloß so lustig sein? Wie konnten wir so verführt sein und so blind sein? Überleg dir mal den Wahnsinn. Mit 17 Jahren melde ich mich kriegsfreiwillig, will Deutschland retten. Ich. Andere auch. Genauso. Da waren viele kriegsfreiwillige. Wir haben jetzt für Führerfolg und Vaterland, das war's. Jetzt aber los. Gab es in den Stettin, in deiner Jugendzeit, sag ich da mal vor 17, gab es da andere Einflüsse? Nö. Also Einflüsse waren nur die Organisationen pimpfen, marschieren, singen, Feld, Geländespiele machen und so. Über solche Sachen habe ich nachgedacht. Das war toll, war das. Weiter nötig. Gab es da keinen anderen Lehrer, die da empfiehlt? Nein, 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 nein. Die haben sich alle zurückgehalten. Das war ja, guck mal, 33 bis 39. Was war denn das schon? War ja auch bloß eine kurze Zeit. Und die, meine, meine Verwandten, weißt du, ich hab ja bei der, wie gesagt, bei der Großmutter gewohnt, die, meine Onkels, ne, das waren Linke. Und das konnte ich nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, ich will über Pfingsten mit auf Fahrt gehen, haben die gesagt, aber nicht mit den braunen. Nee, nee, sag ich, ich bin beim CVJM. Kennst du das? Da sind grüne Hemden. Nein, vielleicht Oma, machen wir keinen Blödsinn, ne? Nee, nee, sag ich, ne. Dann bin ich in den Keller gegangen, in einem Karton, da hab ich das grüne Hemd reingelegt, das brauche ich noch rausgenommen und dann bin ich ab. Das haben die gar nicht mitgekriegt. Das war ich. Ja. Ist denn, ich sag mal, sind die nicht auf die zugekommten Waffen-SS und wollten sie zur Waffen-SS gehen? Nee. Ich war ja kriegsfreiwillig und konnte bestimmen, was ich wollte. Ich wollte zur Marine. Das hat meine Mutter nicht unterschrieben, weil ich keine 18 war. Sie sagt, da wirst du nur versaut bei der Marine. Die haben in jedem Hafen eine Freundin und nee, nee, lass mal. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich zum Panzer. Weil du sagst, es bleibt auch deine Panzeruniform beim Totenkopf? Ja, das war die Uniform. Die haben, wie bei der SS, hier auf diesen Spiegel Totenkopf drauf gehabt. Wir im Panzer, wir hatten ja nur die Möglichkeit, die Infanterie zurückzuhalten und Schutz für unsere Soldaten zu geben. Die sind hinter den Panzern mit uns nach vorne gegangen. Dann haben wir Anfang 1942, haben wir mit dem T-34 viel Ärger gehabt. Der T-34 war nicht so präzise ausgebaut wie unser Panzer. Das erzähle ich dir auch gleich, warum. Aber der hat eine bessere Durchschlagkraft gehabt. Der hat eine Kanone von 8,8 gehabt. Das haben bei uns nur die Flak hatte das. Unsere Panzer waren höchste 3,7 und dann 5 Kurzrohr. Also wir haben zwar getroffen, aber wir haben keine Wirkung gezeigt. Und da haben uns unsere Soldaten mal gesagt, Mensch, ihr habt denen ja bloß den Kalk von der Wand abgeschossen. Die haben ja natürlich im Winter ihre Fahrzeuge weiß gestrichen. Die konntest du gar nicht sehen. Und wenn die in uns reinschossen, dann kannst du sagen, sind die hinten wieder rausgekommen. So unterschiedlich war die Bepanzerung. Der T-34 war das Auto oder der Panzer. Und wie dann die Flak hat man aus Deutschland von den Dächern geholt und hat sie an die Front gebracht und hat die eingesetzt gegen den T-34. Das war eine Wirkung. Die hatten auch 8,8. Und da haben sie dann den T-34 mit erwischt. Das war eine Entlastung. Aber der Unterschied zwischen den Panzern war folgender. Wir hatten als Richtschütze, jetzt ich, eine Zeiss-Knick-Optik. Das heißt, ich habe auf meinem Bock gesessen, das drin gehabt. Und wenn ich jetzt, dann konnte ich sitzen bleiben. Das hat die Optik alleine dann bespiegelt. Ich musste nicht also so oder so oder so oder so machen. Und diese Zeiss-Optik war sehr, sehr wertvoll. Und dann hieß es immer, wenn wir den Panzer verlassen, die Optik mitnehmen, die Kunst rausklicken. Und der, wir haben beim zweiten Versuch den Panzer getroffen und der Russe, der einfach und primitiv praktisch sein Rohr starr hatte, der hat das erste Mal getroffen. Das war der Unterschied. Naja, also es war ein ungleicher Kampf. Und das wurde erst besser, wie der Tiger kam. Und danach kam ja der Panther, der Kampf viel zu spät. Die Panzerschlacht selbst, musst du dir vorstellen, um Scharkow, da wird also wirklich geschossen, geschossen, geschossen. Und wenn wir dann das Land freigeschossen hatten, dann kamen die armen Infanteristen und mussten das halten. Wir fuhren wieder zurück. Warum? Sprit, Splinte kloppen, also wir konnten vorne an der Front nicht bleiben. Wir mussten immer, immer wieder zurückfahren. Das war ein Vorteil. Wir haben da ein bisschen Ruhe gehabt und die armen Jungs, die haben im Graben da hier vorhin mit 50 Grad Minus, große Erfrierung und alles. Das war eine mörderische Winterdurch, das muss ich ja so sagen. Also ihr als Panzer, sagst du mir, braucht ihr dich in den Gräben übernachten? Nein, nein, nein. Wir sind immer wieder in Quartiere zurück, wo viel Läuse waren. Aber es war warm. Naja, das war schon richtig so. Ja, das war, weißt du, es ist schon schlimm, wenn, das war das schlimmste Erlebnis, was ich hatte. Und neben mir im Panzer saß ein Freund von mir, das war ein Hamburger, das war so ein lustiger Kerl. Und da sehe ich gerade, wie der Turm in die Luft geht und dieser Mann ist beim lebendigen Leib verbrannt. Ich habe nur seinen Ehering noch rausnehmen können. Also das geht einem dann schon an den Nerven. Weißt du, oder? Aber du warst wirklich im Panzer? Ich, nee, das war im anderen Panzer. Der war der Panzer daneben. Und dann bin ich mal auf einen Feldwebel zugekommen. Der hatte auf seiner Feldtasche, gibt es doch diese, wo eine Karte drin ist und so, ne? Da hat er dann geschrieben, hier hat er festgehalten und dann geschrieben. Ich sage, sag mal, willst du nicht zum Sanitäter? Ha, da hat er, guck mal, umgeschoss sie raus. Da war die Hauptader getroffen und er wusste genau, es ist nur Schmerz zu machen. Da hat er an seine Mutter geschrieben. Das ist schon erschütternd so. Ich kam dann also praktisch von einem Lazarett ins andere und dann wollten sie immer versuchen, den einen Splitter rauszunehmen, aber haben sich nicht getraut, weil das so in der Nähe vom Herzen ist. Und dann bin ich nach Binz geschickt worden. Das war eine Generalswitwe. Die hat eine große Räucherei gehabt und die hat ihr Haus zur Verfügung gestellt für Erholung ehemaliger oder nicht ehemaliger Erholung für Offiziere. Wie ich da reinkam, wüsste ich selber nicht. Jedenfalls kriegte ich einen Order dahin. Und da lag ein Leutnant, Oma Eschenkel amputiert, der war Rechtsanwalt, aber mein Alter, ein junger Kerl noch. Und der war zu Hause, ja, nee, der war noch kein Anwalt, der war noch nicht fertig. Und zu Hause war er in Bergen, auf Insel Rügen. Sein Vater war Anwalt, so war das. Und dieser Peter, das war eine Freundschaft, wir beide lagen zusammen im Zimmer. Und mit dem habe ich über solche Sachen geschont. Der war genau meiner Meinung. Da haben wir gesagt, was sind wir verblendet worden. Habt ihr denn damals irgendwie auch eine Ahnung gehabt, was hinter der Front in Polen passiert, in den Buden und... Gab es da irgendwas... Mäh, du meinst jetzt, was in Warschau war und so. Das haben wir ja alles gar nicht mitgekriegt. Guck mal, wir haben da noch nicht mal mitgekriegt, dass wir ein KZ hatten. Das haben wir gesagt, das stimmt doch gar nicht. Das ist ein arbeitsschuldes Gesindel. So hat man uns das dargestellt. Bis wir dann selber dahinter kamen. Aber wann seid ihr dahinter gekommen? Bitte? Wann seid ihr dahinter gekommen? Ja, wie jetzt in den Lazaretten haben wir gesagt, du kannst mal sehen, was die da machen. Warschau. Dann haben wir ja auch die Massenvertreibungen gesehen, wenn sie in ihren Zebrastreifen auf der Straße waren. Da haben wir gewusst, was die da machen. Aber wir konnten ja nichts ändern. Aber da war die SS eben ganz stark interessiert. Das sahen die Schweine. Dass diese Menschen überhaupt schlafen konnten. Ich habe einen Fall mal erlebt. Das war in Marignopol. Das ist ja auch noch in der Ukraine. Da sind Heckenschützen gewesen, die zwei Soldaten erschossen haben. Von hinten. SS. Da haben die das ganze Dorf zusammengekarrt in eine Gruft und haben die umgelegt. Alle. Kinder, Omas, Opas. Da habe ich gesagt, das ist ja wohl das Letzte. Wegen zwei Soldaten. Also Partisanen waren es der Heck. Partisanen. Aber weißt du, auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben da auch wieder selber Schultern gehabt. Ob du das glaubst oder nicht, wie wir in die Ukraine mit den Panzern kamen. Da hat die Bevölkerung uns Blumen auf den Panzer geschmissen. Weil wir gegen den russischen Bären kämpften. Was jetzt da ist, das wollten die schon immer. Die Ukrainer sind keine Russen. Das ist ein Völkchen für sich. Und die hassen den Russen sogar. Sieh mal. Und dann die Front. Wir waren erschrocken, was die für Propaganda da uns zeigten. Soldaten, die ein Baby aufspießten. Unsere Soldaten. So haben die Russen das denen gezeigt. Oder vergewaltigt haben. Und dann haben die gesagt, die waren ganz enttäuscht. Und dann haben die gesagt, ihr seid ja ganz friedliche, normale Menschen. Dann gingen wir weg, weißt du, und jetzt kommt das Üble. Dann kamen die Schmalspurleute. Das war die Partei. Die hatten hier ein braunes Hemd an und so. Die haben dann in der Ukraine und hinter der Front aufgeräumt. Kühl, weggetrieben, in den Westen rein. Und die Zwangsarbeiter eingeführt. Da haben sie hier ein Schild drauf gekriegt. Ost und all sowas. Und durch diese Maßnahme sind Partisanen entstanden. Die haben die dann bekämpft. Wir waren erschrocken, wie wir dann manchmal zurückkriegen. Und Menschen, die Leute haben sich ja völlig verändert. So ist das entstanden. Also die haben so geräubert, unsere Parteigenossen. Die Kornkammern, alles ab nach Deutschland. Ja, siehst du, und wenn ich darüber nachdenke, das war in der Nähe von Jebberwitzhoffs. Weil ich, ich konnte schnell die russischen Vokabeln behalten. Ja, das weiß ich heute noch nicht. Und da haben sie gesagt, Günther, du gehst Essen organisieren. Nimm die Mariettenderware mit. Die haben wir aus Rumänien gekriegt. Schnaps, Obst und so. Und Blot. Und dann sind wir da hingegangen und haben A, versucht, ein Gespräch zu finden, ob die unsere Wäsche waschen. Haben sie dann auch gemacht. Dafür haben wir denen aber Brot oder sowas gegeben. Und dann haben die festgestellt, dass wir gar nicht so böse sind, wie die Propaganda ihnen das da so gezeigt hat. Und sieh mal, ich hab dann immer gesagt, die Seele der Russen ist eine ganz tolle. Die Russen sind nette Menschen. Sensibel, schwermütig, ihre Lieder, aber aufgeheizt auch nur durch Herze und Wodka. Die sind besoffen auf uns zugekommen und haben sich abmähen lassen, als wenn du einen Rasen mäßt. Das war denen scheißegal. Aber das waren mehr diese Schlitzaugen da, ne? Die Mongolen und so. Die waren ja böse. Ja, sieh mal, so war das. Und es ist ja wirklich so, wenn ich dir das noch erzählen darf, wie wir also in der Ruhephase waren, von Dezember bis Januar, wegen der Kälte, konnten wir ja alle nichts machen. Und da bin ich immer ins Dorf gegangen und hab die Wäsche. Die war sogar gebügelt, so. Und Hemm und so. Sogar gebügelt. Und da kriegte ich dann immer, hab ich dann immer Brot und sowas gegeben. Wie ich jetzt am Feldlazarett, das war alles geschwollen, ich konnte gar nicht richtig essen. Und die haben mich nur mit Sekt ernährt. Unsere Leute. Und haben russische Frauen gehabt als Krankenschwester. Die haben wohl einfach verpflichtet. Wir waren ja keine Krankenschwestern, aber sie mussten eben aufwischen und Betten machen und so. Da kommt eine russische Mutter. Ich schätze, die war wohl 40. Und ich war ja damals 18 inzwischen. Die russische Mutter und sagt, Pan, du Molokar? Das heißt, würdest du Milch haben wollen? Ich sag, Panenka, wo du haben Milch? Na, auf Kuh. Ich sag, wo ist Kuh? Nichts sagen. Dann hat die mir jeden Morgen, solange ich da lag, mich eingeflößt und habe gesagt, die russische Seele. Aber du hast in den Wald reingerufen, indem du damals da in Mariupol die Leute unterstützt hast. Jetzt kommt das auf dich zurück. Ich sag, warum machst du das? Ich, so ein Sohn wie du. Sie hat so einen Sohn wie ich. Nicht wissen wo. Und dann mein Gott sagt, da will ich das. Stell dir das mal vor. So eine Erlebnisse hast du da auch noch gehabt. Und dann bin ich dahinter gekommen. Sag, warum hast du mir verraten, du. Weil die Deutschen alles saberalisieren. Hat sie mit Kindern ein Loch gebuddelt neben dem Haus. Und da hat sie Kuh reingestellt. Und oben zugedeckt, damit die Deutschen den nicht sehen. So, haben sie eine Kuh in die Grube gestellt und dann haben sie immer, das war ihr Überleben. Also, ich kann eigentlich mit der Bevölkerung nichts Schlechtes sagen. Ich war aber auch mit denen immer, ich habe die als Mensch bezeichnet. Und die wussten genau, dass wir eigentlich nicht die Bösen waren, die sie uns da geschildert haben. Junge, jetzt habe ich dir aber was. Weißt du, und dann kommt nachher, so nach dem Krieg, kommen dann so die berühmten Fragen. Das hat die Personalab, da war ich in Dannenberg. Da hatten sie 35 Kündigungen ausgesprochen. Da war das Ernährungsamt also aufgelöst. Und alle Leute sind vorsorglich gekündigt worden. Auch Winterhoff wurde mitgekündigt. Vorsorglich. Und das Versorgungsamt in Hannover muss bei Kriegsbeschädigten die Genehmigung geben. Das ist eine Fürsorgepflicht. Das ist im Gesetz drin. Also hat der Personalchef natürlich in Hannover angefragt, oder weiß ich nicht, nicht angefragt, jedenfalls mitgeteilt, dass ich gekündigt werde. Und dann haben die gesagt, nee, 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 so schnell nicht. Da, das müssen sie schon belegen, warum. Ja, der ist ja keine Fachkraft, der hat ja nichts gelernt. Dann hat er mündliches Protokoll mit mir machen müssen, in Dannenberg. Was haben sie gelernt? Ich sag, schießen. Bevor er was sagen konnte. Ich hab nicht nur geschossen, ich hab auch dafür gesorgt, dass sie ihren Arsch hier warm in der Heimat hatten, denn sie sind ja kein Soldat geworden. Und das können sie mir mitverdanken. Da hab ich natürlich verschissen. Aber ich hab's gesagt. Die haben die Kündigung nicht durchgekriegt.